ja hallo zusammen zu einer weiteren runde last epoch ja wir marschieren durch das winterliche schöne gebiet hier freuen uns an auf die monster die sich uns entgegen stellen die teilweise extrem nervig geworden sind du kannst mich jetzt auch mal das ist doch kein eber das ist naja ich hinterfragt das mal nicht hier waren wir schon ganz offensichtlich also kann es nur hier weitergehen hälfte forschen können wir die gebrauchen ich nehme mir in letzter zeit welche ja kann es den scheiß mal lassen triadenwache hallo na 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 das ist denn hier los hey lass das mal ernsthaft jetzt die truaden sind ganz schön nervig wer ist denn das wo ist denn hier denn noch eine triade weil dieses scheiß machen noch nicht die wölfe das glaube ich jetzt nicht da ja mal schweinebacke stirb einfach ja na wo ist die triade da ist er ja ach schweinebacke da ist aber auch ewigkeiten bis man hells aufgefüllt ist wenn er das ist nicht so gut nicht so einen blöden trank nehme ja die erste folge rendert bereits damit ich sie heute noch hochladen kann besser ist weil sonst habe ich für morgen nichts das wäre doof okay wie weit geht es denn noch bis da wo ich hin muss auf jeden fall ist hier im portal da ist die quest allöchen wer bist du niemand sollte wissen dass ich hier in v dass ich in harwood für ein tool ja hat mich gesendet hat mich vorbeigeschickt und ich soll die lanze abholen ich habe seit ewig was ein furry wurden nur trying to kill me schon lange kein gesicht mehr gesehen dass mich dass mich nicht umbringen wollte seit wochen entschuldige bitte dass ich ein wenig ich bin warum hat die wirklich gesendet der teure cut wind of our plans und die mahnte hier hat ist es gerade am sterben und rei reihe die thema viertel blower was auch immer ich kann viele das präsent ist wenn ich bin ich mit den alten legenden irgendwo kenne ich mich nicht wirklich gut damit aus na gut jetzt muss ich begleiten als enter the tower auf ok geht wo weiter jo mal gucken was ob er hier irgendwas bereisen kann oder wir trotzdem weiterhin alles selbst machen lassen die große frage irgendwas tut ihr auf jeden fall auch wenn ich da bisher jetzt noch nicht so den effekt gesehen habe und ist ein kistchen komme ich da irgendwie ran ja kümmer du dich mal na gut dann machen wir das wem willst du denn irgendwas blöder wolf gehen wir hier mal rein ach fick dich nee 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 mein freund erst mal hier die können ganz schön echt ganz schön nerven die burschen so hat ja leben das heißt ich muss ihn auch noch schützen oder was ich glaube es ja nicht nein schweine packe tachchen gut dass du mich so gut beschützt hast er war schon tot ich sterbe jetzt sehr häufig was haben wir da denn was weiß ich mir war es nicht ein relic ein relic 64 hält dazu ist natürlich nice 140 prozent chance zu verbrennen und hätte es auch noch als muss feier skills ok hallo ok 100% increased armor while ignited aha 100% hungering souls rare damage converted to fire aha ist auf jeden fall besser als dass wir jetzt gerade tragen deshalb packen wir das hier mal hin können schon mal im tier die dinger wegpacken so dann gucken wir weiter hallo hallo schläger schlag können wir das mal lassen schläger 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 du bist das doch hier ja das ist auf jeden fall die richtige richtung wo ist jetzt hier und hin was soll das denn jetzt wieso kommt er nicht mit nur ist er weg naja gut ich kann es auch nicht ändern wird schon so richtig sein würde ich jetzt mal vermuten toms of moditas i think we have found that this is the tomb of moditas somewhere in this frozen body of land stuck ok wir sind in irgendwelchen gräbern und wir sollen was finden und er bleibt natürlich stehen was ja logisch ist das sieht nach stress aus freunde oh ja das sieht eindeutig nach stress aus alter das ist jetzt nicht so richtig sein ernst das wird nicht lustig echt jetzt nicht der ist nicht lustig der bursche bloß raus da erst mal gucken was der sack für schaden macht alter da ist nahkampf echt ungeil was für ein arschloch dem ist böse das muss man einfach mal so sagen freunde das wird kein spaß das kann ich euch schriftlich geben das wird definitiv kein spaß lasst das hör jetzt auf penner echt nicht lustig der geld alter der haut mich ja so weg ein treffer und die nummer ist durch der ist nicht nice echt nicht alter Geht's noch? Ey, wie soll ich den denn schlagen? Ja, vielen typ physischer Damage. Ja, super. Alter Schwede, das wird ungeil. Das wird richtig ungeil. Ja, genau. Das wäre schön, wenn der mit mir wäre. Alter, das wird echt richtig hartes Brot. Und das wird auch eine ganze Ecke dauern, denke ich mal. Weil ich weiß nicht, wie ich den im Nahkampf... Also ich brauch den nicht fähig zu tanken. Das geht eh in die Hose. Also entweder killt mich sein fucking Ice. Oder sein Rumgestampfe. Genau. Ok. weg ich glaube, das ist der einzige Angriff der ich nicht wirklich überstehe, weil ich halt dabei dodge nein, überstehe ich auch nicht okay, ihr Lieben, das soll es in dieser Folge gewesen sein da werde ich lange für brauchen ja, ihr werdet dann im nächsten Teil sehen, ob wie und ob ich das schaffe, also bis zum nächsten Mal, tschüss